Basti? Ich bin da, Momo. Ich bin da, du kannst dich kaufen. Basti! Digga, willst du dich fahrstellen? Er sagt, kannst du es kaufen? Es ist aber immer noch auf K. Freunde, es ist soweit. Also, was heißt, es ist soweit? Basti wird jetzt gleich hier runterkommen. Ich denke mal, der Fahrstuhl wird es sein. War voll, Peter, Basti. Ja, ich würde auch schon den Fahrstuhl. Ne, es war einfach. Er hat sich ja geschlossen und tot. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, fragt mich. Ich war gerade unterwegs. Basti macht eine Win-Challenge und ich hoffe, ich kann irgendwie so einen Zweischwitzer, einen Controller oder irgendwas in der Form bei Basti jetzt aufnehmen, weil sonst wird das heute sehr, sehr schwierig. Ich gönne mir hier eine Cola Light. Für Basti habe ich einen Döner geholt. Ich komme nämlich nicht ohne, ohne, ja, Nettigkeiten. So bin ich nun mal. Das ist einfach meine DNA. Oder was rede ich? Oh, dass das auf YouTube landet, ist wirklich auch ab einem gewissen Punkt unangenehm. Basti streamt gerade, Win-Challenge. Ich weiß nicht, wie viele Stunden er schon online ist, wie viel er noch muss. Wir müssen ein bisschen leise sein. Fancy Eingang kann man nicht anders an. Danke für die Lieferungen. Ich bin auf was. Oha, die Haare. Oha, Mr. Mullet Boy. Ja, schon wieder anders. Wieso? Ich mach's so, ich hab so'n TikTok, wie ich mache. Ey, es gibt gerade den geilsten Modus, du musst dich beeilen. Ja? Also, wenn du ihn aufnehmen willst. Kannst du an mir, wenn du willst. Oha, kann ich? Es gibt mit den Leuten nämlich nur vier Stunden zwanzig. Für den Papa. Digga, einfach nicht besser. Wie du win-Challenge, wie du win-Challenge. Digga, wie's gerade so ist das? Ich wollte dich wirklich nicht von vorne den Lüsen. Ey, alles gut. Danke kam spontan. Alles gut, alles gut. Ist okay? Ja, ist okay. Abonniert sie überhaupt. Abonniert sie. Was für'n Modus? Hast du mal einen Modus? Parkour? Get High, Parkour-Modus. Der lustigste Modus aller Zeiten. Parkour in Call of Duty. Nur vier Stunden zwanzigster Online, dann hast du'n weg. Ja. Wirklich? Oh mein Gott, das ganze Ländle ab. Digga! Ah, du bist live hier, ne? Ja. Oh mein Gott. Leise Stuhl, ich guck' da mitten da oben. Digga, das Setup, das ist so clean, Alter. Ich bin da, ich bin da. Oh, oh, ich mach Tür zu, ne? Oh fuck. Kannst du kurz noch das Licht aufmachen, bitte? Ja. Boah, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Live den Stream gecrasht. Wo geht Licht aus? Wie geht Licht aus? Wie geht Licht aus? Okay. Hat er euch mal getötet oder was passiert? Digga, so'n geiles Setup, Digga. Kann man nicht, kann man nichts sagen. Der geilste Modus überhaupt. Der geilste Modus überhaupt. Das hat unser Spaß. Boah, das sind die Challenges hier, die er hat. Ja, ja. Boah, ist ja noch ein bisschen. Ja, ja. Back to back ist halt, das Problem an Ozykstan ist, es dauert extrem lange, so'ne Runde. Ozykstan. Ja, ja, ein bisschen back to back machen. Und Bro, wir kommen ins Endgame sterben, da musst du wieder halbe Stunde looten, halbe Stunde fighten. Das ist für mich Psychose jetzt hier in den Finstern sein, ne? Das ist mein OG-Stuhl, den habe ich damals gesponsert bekommen. Basti hat ihn damals durch ganz Berlin durch die Bahn genommen. Machen wir das jetzt nochmal, warte. Also eigentlich bräuchten wir schon einen Sniper. Ich glaube, ich gern loaden, hol mir einen Sniper. Oh Gott, die Zone kommt. John hat einen kleinen, schreibt einer. Bodenlos. Soll ich jetzt zeigen? Ist oben drauf? Erstmal nach oben. Das war das. 7-6 ist oben. Habt ein Sheetbreak? Wir sind jetzt, 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 Sheetbreak. Ja, jetzt. Woah! Was ist noch? Basti, pass auf, die kommen noch rein. Ja, ja, wir müssen die Position halten. Wie ist mit der Zone, ich muss, wir haben halt keine Smokes. Woah! Hab einen geholt. Basti, left, 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 beide. Versterben, versterben, versterben. Ich bin tot. Ich hab safe. Ansteigen, 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 ansteigen. Nein! Ja, Digga, maaaan! Nein! So, Momo, jetzt nochmal alles von vorne. Aufnahmen es jetzt an. Wollen wir was rein? Was rein? Momo, sag, äh, basic, äh, 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 sag easy ab. Cola? Nicht Cola. Ja, aber ein Game ist zu laut, Digga. Ich hab nichts gehört. Dass ihr beiden Ratten diesen Skin habt, ne? Es war so klar. Ja, aber... Ich hab in meinem Video gesagt, das ist so ein typischer Basti-Skin. Und ich schwöre zu, Momo passt der auch 1 zu 1. Ja, wir haben, ich hab den. Schon, das ist wirklich der beste Modus, den du in deinem Leben gesehen hast. Schwör, schör. Also, das ist wirklich das Geiltes für die Konten in den Jahren. Ey, oh, das ist ja ein Übelsburg, Alter. Und der ist nur noch 2 Stunden online? Digga, John, hör dir mal in der anständigen Camp, dann siehst du in deinen Videos auch so gut aus. Boah, Digga, Momo, boah, Digga, ich werd ja nicht laut. Gänsehaut. Momo, vielleicht schmeckt nicht, schmeckt nicht, schmeckt nicht geil. Ist gut? Dann muss ich konzentrieren. Weißt du, was Momo gesagt hat? Wie, wie schmeckt der Rollo? Gleich, gleich. Hö, was ist das? Einfach nach oben kommen. Du musst so schnell wirklich nach oben kommen. Das ist einfach only up. Only up? Ja, ja, du musst so am besten mit Faust rennst du. Hö, wirklich? Nein, zu spät. Was ist, wenn ich, fällt der letzte irgendwie runter? Nee, einfach nur. Es gibt Jackpoints und so. Ist so ein bisschen wie, ähm, Digga, hä? Hä, das ist nicht Call of Duty. Das kann nicht Call of Duty sein. Ich schirre, das kann nicht Call of Duty sein, oder? Du kannst doch im WU3 den Trainingsmodus, aber auch ein bisschen so. Stimmt, stimmt. Ist ein bisschen so, ja? Ohne Mischung aus, wie heißt dieses andere Spiel, was alle immer spielen? Only up. Nicht only up, sondern, ähm... Fall Guys, Fall Guys. Fall Guys. Oh! Ja. Nein! Das ist ein Checkpoint, das ist ein Checkpoint. Nein! Kann ich unlang? Kann ich unlang? Ey, geh weg, du Hund. Momo, wie weit bist du? Oh, ich bin schon weit. Es ist sehr lange der Weg? Ich bin schon beim Tor. Ne, soll ich auf dich warten? Ähm, tot. Digga, oh mein Gott. Aber kann ich sterben, wenn ich komplett runterfalle? Ne, 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 du kommst immer an deinem Checkpoint wieder. Aber das ist halt mit Zeit Limit, ne? Oh! Oh mein Gott. Ist schwer, Basti, sagst du? Kann man nicht First Try schaffen eigentlich? Die Zeit ist schwer. Oh, smart. Smart, John hat gewartet. Ich mach gerade Kampf the Gun gegen den einen hier. Oh, so langsam, so langsam, so langsam. Oh mein Gott. Die Musik ist doch so, diese Dr. Disrespect-Vibes, ne? Ja, ja, ja. Hier lang? Oder falsch? Richtig, richtig, richtig. Bist du gerade bei dem Tower? Du warst so Tower, Momo. Da, wo du gerade hochgegangen bist, hast du geschafft. Nein! Bin ich schockt? Nein, gut, 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 gut. Oh, sickeram, sickeram, sickeram. Jetzt nicht choken, jetzt nicht choken, jetzt nicht choken. Nicht nervös werden. Ich werde nervös. Ich werde nervös. Alles schön langsam. Choken, 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 choken. Das ist ruhig bleiben. Das ist wirklich A und O. Ach, oh Mann! Komm, komm, komm. Okay, okay, ist wirklich ruhig bleiben. Ja, es ist komplett ruhig bleiben, der Gang. Das ist wirklich, ich weiß nicht, hier ist so schlimm, ne? Aber wieso macht Kauf nicht so einen Modus? Das ist ja komplett crazy. Sau geil. Er wirf mich ab, der Huren. Er wirf mich ab, der Huren. Nein! Es gibt Steine. Bin ich ganz nach hinten wieder? Nein. Nice. Okay, ich warte an der Tür jetzt. Ich warte an der Tür. Ich bin einfach bei dir. Basti, ich spiele auch einfach mit PS4-Controller, ne? Ja. Ja, das kann auch nicht wahr sein. Das ist ehrlich, nach einem PS5-Controller füttert das echt eklig an, ne? Nach einem PS5-Controller spielt das Ding schon, ja. Let's go! Let's go! Let's go, let's go! Kennst du Slide? Kennst du Slide? Oh, shit, John, das ist doch du, oder nicht? Oh, shit. Wo bist du? Du bist das hier, ne? Ich hab nicht gewartet, Digga. Komm, jetzt hier rauf. Momo Ehrenmann, Momo Ehrenmann. Oh, pass auf. Boah, das ist dieser andere Easy-Up- Ja, John, du hast dein Leben gefickt, Digga. Du hast den Sonnen nach links gekriegt. Die Musik ist dieses Feeling gerade, ne? Ja. Das Feeling ist echt geil. Oh, das war zu risky, ne? War zu risky. Boah, dieser kleine Sprogan. Oh, so viele Geheimwege, so geil. Ja? Gibt bestimmt noch so Weltrekorde, oder? Ja, Salesforce hat... Nein! Nicht so laut, ne, nicht so laut, nicht so laut. Nicht so laut, ne. Was denkt ihr, wie lange macht ihr noch Wind-Challenge? Boah. Ich hab gesagt, 18 Stunden. 18, meinst du? Basti meint 24. 24 Stunden. Was meinst du? Ich hoffe nicht, Digga. Ich muss eigentlich morgen Abend weg. Wo musst du hin, Momo? Reinfeiern. Reinfeiern? Hast du Date made, oder was? Ne, ohne Date. Ohne Date? Checkpoint geholt. Bam! Bam! Ist noch sehr weit? Ja. Oha, was? Über vier. Oder dieses andere 20-Minuten-Video? Mit Hinde, Bro. Na, es geht nur noch fünf Minuten lang. John, Gameplay-Schrepp. Komm, John, du musst richtig weit noch kommen. Hoch, hoch, hoch. Stark. Good call. Glaubst du, ich schaffe nicht, bist du ganz da oben? Nee. Doch, doch, doch. Momo meint ja. Momo hält die Watchtime oben, weißt du, ich meine? Komm, komm, komm. Das schaffen wir nach oben. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir nämlich noch. Ich bin runtergefallen. Zigarre! Ich hab Wünsche. War gut. Komm, wir machen zusammen, John. Richtig gut getan. Nach unten. Okay, wir legen uns den Momo. Jetzt hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, hoch. Gut call. Jetzt hier rauf. Runter, ne? Runter, 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 runter. Warten wir bis Ende. Runter. Und ab, und ab, und ab, Sir. Ist voll trippy, wenn man das hier guckt, ne? Oh, ist schon... Oh, noch fünf Minuten. Oh! Es ist wirklich legit wie Level-App, äh, wie, äh, Only-App. Ich hab in einem Video damals bei Only-App, in einem Video gesagt, ich werde so lange Only-App spielen, dass du es schaffst? bis ich es schaffe. Es kam nie wieder ein zweites Only-App-Video. Ungeduldig dafür. Ja, Only-App ist auch so ein Bruch, ne? So ein Drexel. Ich schwöre in meinem Video, ich mein so, Jungs, hab ich's fast. Alle in den Kommentaren meinten, ich bin so bei so 10%. Und ich dachte schon, ich hab's geradeaus? Ja. Leideraus. Umdrehen. Gut, cool. Ja. Boah, es macht hohes Spaß. Wir hatten so ein Wettrennen, wenn wir es zuerst schafften. So knapp, wir waren die ganze Zeit nebeneinander. Aber das habt ihr nicht in eurer Bruch-Challenge drin, oder? Hä? Nichts, weil wir haben random gesehen, dass der Modus online ist, und dafür vor 20. Und das halt auch limitiert ist dein Modus, ne? Das heißt, er ist morgen früh, wenn alle wach sind, ist er weg. Ach, Digger, ich bin so ein Hurenbengel, Alter. Also, wenn ich jetzt nach Hause gegangen wäre, wäre nichts mit diesem... Bruder, kann ich mir das nicht merken, wie ich so blöd? Einfach gelaufen, 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 gelaufen. Einfach kurz stehen vor dem Boden, jetzt lauf, 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 genau. Laufen, laufen, jetzt jetzt auch laufen, laufen, immer schön im Gegensatz. Schön, 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 schön. Darauf. Skaff-Jump. Oh, fast Paddler, ich hab fast Paddler abgebrochen bei dir gerade. Gleich kommt Dix, gleich kommt, ja, Haarstuhl. Zack. Warten. Drum, drum. Ah, stimmt? Ja, ja. Oh, hier war ich ja schon. Ja, ja, genau. Mit schönen Sprint. Diese Animation zum Hochziehen ist wirklich 1 zu 1 wie Only Up. Oh, jetzt aufpassen, ich falle nicht, ich falle nicht, ich falle nicht. Schön, oh, jetzt mit Parcours, jetzt mit Parcours. Oh, oh, oh. Ich wusste nicht, was du meinst vorhin mit Parcours-Modus, ne? Ja, jetzt kannst du, guck mal, da ist Checkpoint 6. Wie viele Checkpoints gibt's? 16. Du musst ja ranhängen. Oh, mein Gott, das ist ja übertrieben. So geil, ne? Übertrieben kreativ, übertrieben. Hä? Das war jetzt kreativ. Hä? Ich bin jetzt durchsleidend wie eine Eins, Digga. Du bist hier, Mumu, ha? Moin, ich bin genau hier. Oh, wie es aussieht, so von den Farben und von allem, ist so cool. Das ist genau dieser 80s-Retro-Vibe, ne? Uff, Digga, uff. Uff, ich bin so riskant. Uff. Nice. Oh, genau. Checkpoint. Ich soll dich übrigens von Ben grüßen, Basti. Grüße zurück. Nein, 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 das ist falsch. Er meint, du warst am Ostern da und meinst, du kommst Montag und dann warst du Montag nicht da. Ja, du bist da, 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 du bist da. Wie lang? Ja, ja. Komm hier an der Seite jetzt. Okay, okay, Kuss. Aus Abkürzung. Oha, Abkürzung. Oha, besser als Momo. Besser als Momo. Geh hoch. Weiter, weiter, noch einen hinter dir. Ja, ich küsse euer Herzen doch, Jungs. Jetzt auf die Röhre. Und nach links. Nein, 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 genau. Andere links? Ja, ich fick sein Leben. Genau. Bam, und rüber. Und ja. Boah, hier kann man echt Rekorde hitten, ne? Da ist der nächste Checkpoint. Jetzt bist du bei der Container. Gleich nicht bei Terminal. Terminal? Mhm. Die Container. Chipman quasi. Hier gibt's auch so'n Shortcut, die Momo gefunden hat. Ja, wo? Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ach, dort die Pfeile. Immer auch die Pfeile gucken. Stark, stark. Gut Call. Basti, ich glaub hier in dem Zimmer so'n 50 Grad, ne? Ja, ich weiß. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Ich darf aber festzeitig aufmachen. Ja, richtig, richtig. Wo, 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 wo. Checkpoint. Let's go! Let's go! Let's go! Ja, stark, stark, stark. Uäh! Ist das Momo hier? Er ist ne Shortcut, aber... Ja, ich find den nicht viel schneller. Ist es schwer? Naja, ist ein bisschen unangenehm. Aber schaffst du schon. John, ich seh dich. Boah, das ist Tetris, Alter. Deutsche Tetris. Da musst du Spider-Man sein. Da musst du Spider-Man sein, ne? Da musst du Spider-Man sein, meinte Momo. Meint auch Spider-Man gehen, Phil. Ja, Shortcut, gut gemacht. Bam. Hier lang? Der Hurensohn! Der Hurensohn! War das Momo? Momo, warst du das? Boah, warum hast du dich Hurensohn genannt? Momo, ich hab dich nicht Hurensohn genannt. Ich schwöre nicht. Der meint den Godzilla-Skin. Das weiß ich nicht, Mann. Oh, dann. 30 Sekunden. Kann es sein, dass ich erst bei der Hälfte bin? Ja. Äh, ja, Hälfte. Ich bin auch lieber in dem Kreis gelaufen. Da musst du halt einmal hier so Breakdowns machen. Ah, ich fühl's mit. Digga, mit so Wireless Astro ist auch geil. Ich hab da nur mit Kabel, ich befehle. Ich bin auch lieber in dem Kreis gelaufen. Digga, wieso ist die Quali so crazy? Ja. 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 Es ist wohl nie einfach so. Aber es ist einfach Standardobjektiv. Wenn ich noch ein anderes Objektiv nehmen würde, wäre noch krasser. Kann man hier Ransom aufnehmen? Nein, nein, nein. Mach mich mal nicht. Es ist gerade perfekt. Er blockiert einfach. Digga, du Hurensohn! Wer ist das? Okay. Nein, einer aus dem Chat oder was? Oh. Digga, das ist perfekt. Direkt gechokt. Das ist schon over. Fingerein. Fertig schon? Momo? Hey, schneller, 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 schneller. Oh mein Nack, oh mein Gott. Momo hat das Spiel verlassen. Hä, wieso? Momo, bist ein Lacher. Verlassen? Internet, Digga. Ich bin rausgeflogen. Internet. Ja, angeblich Internet. Es geht kurz in mir Level Up machen, Alter. Momo geht sich Level Up machen. Hier nicht choken. Hier nicht choken. Oh. Digga. Alles andere als ruhig gewesen. Komm, 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 komm. Waaa-haha. Waaa-haha. Und da ist der Checkpoint. Da ist der Checkpoint. Und ... Waaa-haha-haha-haha-haha. Macha, John. Macha. O-ha! Hydration Shiny Foxx? Hydration Shiny Foxx? Abo? Du wirst wahrscheinlich süß sein, ich find den geil. Ich werd den einfach mit dem Wasser mischen. Du hast sogar mit dem, mit dieser neuen Technik, ne? Das ist Regularie, äh, Regularie. Ja. Regularie. Ist ja aber der Geschmack auch neu? Ja. Das ist allzeit hydration. Das ist schön sauer. Das ist todesgeil. Oder? Der ist richtig geil, ne? Ich würde noch zu 30% mehr Wasser nehmen. Mhm. Du bist ja eh nicht so ne Süßmaus. Nicht so ne Süßmaus. Also ich bin ne Süßmaus, aber du weißt wie ich es meine. Aber, Monaterping, das ist ja wieder over, aber, äh, der Basisgeschmack ist ultra geil. Das ist Elitrix-Geschmack. Ja? Mhm. Carsten, die Sau, Alter. Ja, hier, deswegen, der hat vier Schwänze. Der Fuchs. Vier steht für Lifestyle. Vier steht für Lifestyle. Ja, moin, Leute. Abos auf trocken am Start. Performen Sie jetzt. Okay, okay, ich performe. Ich performe jetzt. Ich mach Speedrun. What? Er war so übermotiviert. Und go. Jawoll. Geil. Geil. Oh, satisfying. Mit der Musik. Oh. Oh. Nein, Bruder. Dass du PS4-Controller spielst. It's crazy. Und jetzt kommt die Hinleg-Aktion, ne? Das war... Oh, St. Kerem, kein... Zu gierig. Zu gierig. Du wolltest schon. Oh. 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 Ja. Ja. Oh. Ich bin klein. Nein. Nein, Basti. Das tut will. Das tut will. Oh, das ist ja Lacher-Move. Das ist wirklich Lacher. Nein. Nein. Du warst so gut in der Zeit. Ich war so gut in der Zeit. Nein, Basti. Glaub in lang. 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 Das ist krach. Das ist krach. Das ist krach. Ach, sie kehren was. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich mach schnell. Digga, der Wichser blockiert mich. Digga, wie geil schmeckt das, Alter. Einmal Level-Up-Placer in meinem Video, der Wichser, Digga. Code Sifo, wie viel? 25% aktuell. Wie viel? 25. 25. Code Sifo. Ihr wisst Bescheid. Der Titel, sowas gab's noch nie in COD? Ja, ja. Boah, den muss ich mir gleich mal aufschreiben. Ja, nein? Mhm. Ja, wo? Telefon klingelt. Nein. Ich bin im Spiel. So. Okay, jetzt sind wir gleich Terminal. Jetzt sind wir gleich Terminal. Papp. 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 Aber erkennt man Terminal wirklich oder das ist nur so Gag? Doch, bloß sehen. Oh mein Gott. Ah, nein. Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich, dass ich da nicht... Hä? Stell dir mal vor, es würde gar kein Checkpoint geben. Ja, ja. Ist aber irgendwie geil, weil dadurch wäre es so richtig... Dann wäre es hart. Hardwash wäre. Aber es ist gut, dass die mal ein bisschen Wind bekommen von so anderen Spielen und ein bisschen auch auf die neuen Trends. Turminal! Guck hier. Wir kommen in Turminal. Warte, warte. Digga, das soll Turminal sein. Warte, warte, warte. Guck mal, hier ist das Turminal-Ding. Oh! Ja! Hier ist das Turminal-Flugzeug. Hier geht's rein. Guck mal, in Cockpit. Lol, das ist sogar OG, ne? Hier geht's runter. Hier geht's das Turminal hinten raus. Lol. Zack, zack. Ja, cool gemacht. Kann man sich auch noch sagen, oder? Ja, ja. Es ist einfach eine coole Sache, weil... Es ist ein Fun, weißt du. Die ganzen... Die ganzen... Waffen-Freaks, die so Realismus wollen, die drehen natürlich dabei durch. Aber Gott sei Dank... Es ist COD. Es ist wirklich COD, auch wenn man es nicht glauben will. Einer schreibt in Chat, ne? Ja. Was ist das für ein Game, Leute? Guck mal, wie krass das aus ist. Es ist auch... Wenn du noch runterguckst, kriegst du richtig Kopfschmerzen. Oh mein Gott. Generell die ganze Optik von deinem Spiel bereitet mir so... Halbpsychiosen, Digga. Wir sind jetzt zurück bei der Hälfte, aber wir sehen es ja da... Da ist das... Da ist das Finale. Da geht's hoch. Bei der Sonne ist das Finale. Ja. Was sagst du zu meiner gelben Apple Watch? Geil, du hast eine Apple Watch? Ich hab eine Apple Watch geholt. Aber wie so ein gelbes Band. Oha, vierter Platz? Ja. Ja. Z3PAO, der allerwichtigste. Ja, DechnerO. Geil. Willst du noch eine Verabschiedung machen? Jo Leute, das war's. Gang. Ciao. Geil.